Ja, hallo, ich bin der Andreas aus Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland. Ich möchte sehr gerne von meinen Erfahrungen mit dem 8-stündigen kostenlosen Test des MedBets erzählen. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte von Anfang an im ganzen Körper von oben bis unten Gänsehaut. Ja, und diese Vibration habe ich immer wieder gespürt und ich habe mich auf drei Sachen konzentriert. Ich hatte vor über 40 Jahren einen Mobutunfall und mein Sprunggelenk, mein Schienbein und meine Hüfte und Becken sind praktisch in Mitleidenschaft gezogen worden. Und wenig Bewegung und darauf habe ich mich konzentriert. Und ich bin so erholt am nächsten Morgen aufgewacht, voller Energie und mit wesentlich mehr Beweglichkeit. Ich bin immer noch am Üben jetzt nach zwei Tagen und kann das eigentlich noch gar nicht so richtig fassen. Ja, man stelle sich das vor, die reine Ursprungsenergie, aus der alles Leben entstanden ist, wird auf einen Punkt konzentriert und über die Quantenverschränkung allen Menschen verfügbar gemacht, damit jeder eigenverantwortlich an seiner Selbstheilung arbeiten kann. Das ist einfach traumhaft. Ja, dafür ein herzliches Dankeschön an Oliver und seinem 9010-Team für diese wunderbare Möglichkeit, uns das zur Verfügung zu stellen. Das ist nicht selbstverständlich, nee, nee. Ja, in der Forschungsgruppe von Oliver kommt das Lebensprinzip des Geben und Nehmens zum Ausdruck, wo jeder die Möglichkeit hat, für seine Gesundheit diese Technologie zu nutzen. Und im Gegenzug von Herzen seine Erfahrungen mit anderen teilt. Super. Auch ich bin sehr gerne als Botschafter für diese Möglichkeit offen, um anderen Mut zu machen und zu zeigen, was alles möglich ist. In diesem Sinne freue ich mich auf ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.